Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es mal um ein etwas anderes Thema in dem Info-Video. Nicht um den Kanal und nicht um die üblichen Storys, die wir sonst so haben. Heute geht es darum, wie sehen eigentlich die Betrüger-Webseiten aus, über die wir hier die ganze Zeit sprechen und über welche die Betrüger überhaupt an meine Daten kommen, um hier anzurufen. Hier haben wir wohl das bekannteste Beispiel. Höhle der Löwen macht Deutsche Bürger reich mit Öl. Die Folge darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist wütend. Und dann ja, lauter Blabla auf der Webseite, schöne Bildchen und viele Texte. Das Datum hier oben, das wird automatisch angepasst. Der 2. Juli ist tatsächlich einfach heute. Die Webseite ist aber schon jahrelang oder zumindest monatelang online und taucht immer wieder in anderen Formen auf. Das Bild-Logo, was hier oben ist, ist nichts anderes als geklaut. Die Domain, auf der wir uns hier befinden, ist definitiv nicht von der Webseite Bild, sondern nichts anderes als einfach nur eine Phishing-Webseite, die dazu dient, dass man hier in dem tollen Feld, was hier irgendwann auftaucht, seine Daten einträgt. Hier auf dieser Webseite, ziemlich weit unten, oftmals kennt man diese Seiten oder diese Betrügerseiten, dass die Felder sich eher im oberen Fenster oder im oberen Teil des Fensters befinden. Hier nicht. Dann haben wir noch dazu ein paar schöne Fake-Bewertungen, die angeblich vor 12, 16 und 60 Minuten gepostet wurden. Ja, komisch. Es fällt schon auf, dass die Webseiten auch schlecht programmiert sind, denn, naja, man geht ja davon aus, dass die Kommentare hier chronologisch sind. Das sind sie nicht. Denn hier sieht man ja, das ist auch wieder vor 12 Minuten. Das ist nichts anderes als Fake und billig zusammenkopiert. Auf dieser Webseite gibt es tatsächlich sogar ein Impressum, davon abgesehen, dass das Impressum hier falsch geschrieben ist. Und, naja, wenn man da draufklickt, ich zeige es euch mal, kommt man nicht auf das Impressum, sondern man kommt auf eine neue Scammer-Webseite. Diese Webseite hier ist auch mal wieder neu. Jedes Mal, wenn man da draufklickt, kommt man höchstwahrscheinlich auf irgendeine andere Webseite. Zumindest habe ich die, genau, jetzt sind wir schon wieder auf einer ganz anderen Webseite. Und hier haben wir auch wieder ein super Beispiel. Man kann direkt seine Daten eingeben und mehr soll diese Webseite hier auch gar nicht machen. Diese Seiten sind nur dafür da, um eure Daten zu sammeln. Auf der Seite, auf der wir uns gerade schon befunden haben, hier ist auch wieder das tolle Logo von Höhle der Löwen. Außerdem Bitcoin sucht Superstar. Das erinnert ziemlich stark an ein anderes bekanntes Logo. Die Webseite ist wie immer einfach nur Fake. Alles, was hier steht, ist von irgendwelchen echten Webseiten zusammenkopiert oder dient einfach nur dazu, um euch irgendwie wieder zu veräppeln. Ein Impressum fehlt hier auf dieser Seite gleich komplett. Um sich hier zu registrieren, muss man erstmal eine Weile suchen und sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, ich muss hier draufklicken. Und dann kann ich meine Daten eingeben. Ziemlich billig aufgebaut. Das Webdesign, naja, auch schon ziemlich altbacken, aber es scheint leider zu funktionieren. Das Schlimme ist, die Webseiten sind so einfach aufgebaut, dass sie eigentlich jeder bedienen kann. Das heißt, man kann schon mal alle Menschen noch abgrasen, die eigentlich nicht ins Internet gehören, weil sie sich damit nicht auskennen. Und genau deswegen sind die Webseiten hier auch so einfach aufgebaut und wirken ziemlich altbacken. Denn, naja, alles, was einfach ist, lässt sich auch ganz, ganz einfach befüllen mit Daten. Und ja, genau das ist ja der Zweck dieser Webseiten, dass der Kunde, der angebliche Kunde oder das Opfer, hier seine Daten ganz einfach eingeben kann und nicht lange fackeln muss. Ja, es reicht der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse. Ja, und hier steht Handynummer. Festnetznummern funktionieren aber in diesen Feldern trotzdem. Und dann gibt's da noch etwas aufwändigere Seiten, die ein bisschen mehr Inhalt bieten, wo man erstmal denkt, man könnte sich mit dem Thema toll beschäftigen. Ja, aber dazu, wie immer, es dient eigentlich nur als Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Umfang, wie man sich auf diesen Seiten hier anmelden kann. Auf der Webseite hier, vermute ich mal, wird man erstmal kein Login-Fenster finden. Genauso ist es auch. Hier kann man sich noch nicht direkt eintragen für den Betrug. Man muss erst irgendwo draufklicken. Schauen wir mal. Jetzt handeln und wir schauen, was sich dann wieder für eine tolle Seite auftut. Hier haben wir eToro. eToro ist tatsächlich eigentlich eine, naja, seriöse Plattform. Und was hat man da eigentlich davon als Betrüger, wenn man solche Webseiten bewirbt? Ganz einfach. Wenn ihr dort Geld einzahlt, dann ruft euch keiner an. Wenn ihr dort euer Geld einzahlt, dann, naja, wird der Betrüger einfach über ein Franchise-Konto, also, ähm, so wie die Amazon-Links unter den Videos, wird er einfach eine Provision dafür, ja, kassieren. Also quasi ein Affiliate-Link. Und dann gibt's ganz viele solche Webseiten, die eigentlich nicht mehr richtig funktionieren. Hier soll ein Video drin sein, wo euch erzählt wird, wie viel Geld ihr verdienen könnt und, ähm, ja, wie viele Millionen ihr da macht, wenn ihr da nur 250 Euro einzahlt. Viele, ähm, ja, bekannte Logos werden hier einfach eingebunden. Ja, wie zum Beispiel Norton, weiß ich nicht, was das hier überhaupt zu suchen hat. Ähm, ja, Mac-Security macht ja auch keinen Sinn. Ja, also alles, was hier eigentlich reingepostet oder, naja, auf diese Webseite gemalt wird, dient nur dazu, naja, um sicher zu wirken. Bekannte Logos, manchmal sind hier Fernsehsender aufgelistet, wo sie angeblich schon irgendwelche Nachrichten gemacht haben. Man sieht's ja hier, jede Menge schöne zeichnerische Künste. Naja, aber da steckt kein Sinn und Verstand dahinter. Und auch diese Fotos hier sind nichts anderes als Fake. Selbst die Namen, die hier eingetragen sind, gehören gar nicht zu dieser Person. Hier habe ich euch ja auch noch eine bekannte Webseite mitgebracht. Bitcoin-System. Das haben wir ja ziemlich oft schon am Telefon gehört, dass die angeblich von Bitcoin-Systemen anrufen. Das Problem ist halt, dass das nichts anderes ist wie alle anderen Webseiten. Nur Lug und Betrug. Alles, was hier steht, mag vielleicht sogar stimmen. Also hier sind viele Sachen, die stimmen tatsächlich und treffen aufs Trading zu. Naja, aber es soll halt einfach nur Seriösität vorgaukeln. Wenn man sich hier letztendlich einträgt, passiert genau das, was wir hier eigentlich immer wieder am Telefon hören. Teilweise funktionieren diese ganzen Links hier nicht mal. Auf der Webseite hier geht es schon. Aber wenn man dann hier mal genau durchliest, alles, was hier steht, hat eigentlich auch wieder nichts mit dem zu tun, was eigentlich dort stehen müsste. Bitcoin-Buyer ist genauso wieder eine von diesen Datensammel-Webseiten, wo man eigentlich nur seine Daten eintragen soll, um dann sein Geld loszuwerden. Es gibt viele Sachen oder viele Seiten. Hier haben wir es gerade zum Beispiel auch nochmal gesehen, wenn man die Webseite verlassen will und man trägt sich dann da doch nicht ein und will aus der Webseite eigentlich schon rausgehen, bekommt man direkt nochmal so ein Werbepop-up, dass man sich vielleicht nicht doch noch irgendwie anmelden wollte. Da reicht es schon, wenn ihr mit der Maus aus dem Bildschirm rausfahrt. Genauso wie bei der nächsten Webseite, die ist auch ziemlich einfach gehalten, verdienen sie noch heute hundertprozentig kostenlos. Ganz ehrlich, Leute, wenn etwas hundertprozentig kostenlos ist, dann ist es hundertprozentig kostenlos. Das heißt, ich melde mich an und verdiene Geld. Das klingt ja schon einfach falsch. Logisch, ihr sollt ja was einzahlen. Und dann versucht man euch mit der Geschichte, ja, aber man muss ja investieren. Aber vorher war es doch kostenlos. Und sagen sie euch am Telefon, ja, das System ist ja kostenlos. Ja, aber hier steht hundert. Hundertprozentig kostenlos. Das heißt, hundertprozent null Euro. Aber irgendwie nehmen die Betrüger das nicht so ganz ehrlich oder ernst, was da in deren eigenen Werbung steht. Hier haben wir noch die schöne Webseite Crypto Unlock. Auch nicht viel besser. Genauso wie bei allen anderen Seiten fährt man aus dem Fenster raus, kriegt man hier nochmal so ein schönes Pop-up angezeigt. Einfach nochmal so als Eye-Catcher. Man wollte die Webseite eigentlich gerade verlassen, fährt mit der Maus aus dem Fenster oder oben auf das Browser-Tab und zack, habt ihr wieder nochmal eine kleine Erinnerung, dass ihr euch noch nicht angemeldet habt. Die Bitcoin-Methode. Ja, auch nicht besser. Also, ihr seht's ja. Das Schema dieser Webseiten ist irgendwie immer das Gleiche. Alles gleich aufgebaut, überall tolle Kundenbewertungen oder irgendwelche Leute, die was über die Firma sagen und die die Firma einfach in den Himmel loben. Dabei sind die ganzen Bilder nichts anderes als Stock-Bilder. Also Bilder, wie ich sie für meine Videos auch verwende. Das sind ganz normale Bilder, die man eben verteilen darf. Teilweise sogar zum Großteil kostenfrei. Es gibt auch die Variante, dass die Bilder einfach geklaut werden und die Menschen, die hinter diesen Fotos stecken, gar nicht wissen, dass sie auf solchen unseriösen Seiten letztendlich gelandet sind. Hier haben wir noch eine schöne Mediamarkt-Seite. Die kommt natürlich auch nicht von Mediamarkt. Hier wird auch wieder nur das Logo von denen missbraucht. 100% gratis. Ihr sollt euch hier eintragen und, naja, dann geht man einen Schritt weiter. Hier steht wieder 100% gratis und das Einzige, was ihr dann von diesen Webseiten hier habt, sind dann die netten Zeitschriftenbetrüger, die euch anrufen, Stromverkäufer oder ihr habt irgendwo was Tolles gewonnen oder ihr habt noch eine unbezahlte Rechnung bei irgendeiner Firma oder sogar ein Zeitschriften-Abo, was ihr angeblich nicht gekündigt habt und der Rechtsanwalt oder der Mahnanwalt, der meldet sich bei euch. Ja, und vom Prinzip her, die Firma, also die Firma Mediamarkt, die weiß davon natürlich nichts, selbstverständlich. Die wird hier einfach nur missbraucht. Den Gewinn, also das Handy, das gibt es hier gar nicht. Die Zeitschriftenbetrüger rufen dann allerdings gerne mal an und sagen, es gab einen 1.000-Euro-Gutschein, sie haben ja daran teilgenommen oder ein Handy, sie haben ja daran teilgenommen und automatisch darin eingewilligt. Nein, so ist das nicht. Wenn man sich hier einträgt, dann trägt man sich nur für diese Webseite ein und nur für diesen Gewinn und nicht noch für 100 weitere Firmen. Allerdings sind die Zeitschriften, Strom und ähnliche Betrüger momentan ziemlich rar. Das heißt, wenn man sich hier einträgt, dann, naja, muss man Glück haben, dass sich hier überhaupt jemand meldet. Keine Ahnung warum, aber scheinbar werden diese Datenbanken gerade nicht bedient oder man sammelt gerade noch fleißig. Das kann natürlich auch sein. Eins ist klar, wenn man sich hier einträgt, sind die Daten erstmal preisgegeben und eure Rufnummer ist dann für die bekannt. Und irgendwann wird auch jemand anrufen, auch wenn es eine Weile dauert. Ja, und hier mal wieder das gleiche Prinzip. Hier läuft noch ein Timer runter, was dazu führen soll, dass man sich hier noch ein bisschen schneller einträgt auf der Seite und keine Zeit verschwendet. Und so stelle ich mir das auch immer wieder vor. Sobald ihr euch hier eintragt, kriegt das erste Callcenter so direkt, sofort eine Nachricht. Man kommt ja meistens auch gleich auf irgendeine komische Tradingseite. Am anderen Ende dann raus. Wenn ihr dann von denen angerufen wurdet, damit hat es sich noch nicht erledigt. Ihr werdet definitiv auch öfters noch angerufen, denn diese Daten, die ihr hier eintragt, sind nicht nur für ein Callcenter, sondern für die ganze Bandbreite. Ähnlich wie bei den Gutscheinbetrügern. Dann gibt es noch sowas wie Bitcoin-Millionär. Hier haben wir sogar mal wieder ein Video mit dabei, was noch funktioniert. Die Videos sind ganz, ganz oft bei YouTube gehostet. Und naja, wenn die Videos oft genug gemeldet wurden, dann gehen die natürlich nicht mehr. Wir können ja hier kurz mal reinschauen, wie so ein Video aufgebaut ist. Heute ist Ihr Glückstag. Warum? Weil Sie diese Seite gefunden haben und jetzt eingeladen sind, die exklusivste Chance der Welt wahrzunehmen. Und das Beste? Es kostet Sie nichts. Indem Sie das Formular neben diesem Video ausfüllen, kommen Sie einem Leben wie diesem einen Schritt näher. Heute können Sie glänzen. Alles, was Sie machen müssen, ist eine kostenfreie Registrierung abzuschließen und sich den glücklichen Menschen, die bereits von Bitcoin-Billionär profitieren, anzuschließen. Von den Milliarden Menschen auf der Erde genießen nur wenige das Privileg dieses exklusiven Zugangs. Beeilen Sie sich und lassen Sie Ihre Gelegenheit nicht verstreichen. Es wurden bereits Millionen mit Bitcoin verdient. Mit Bitcoin-Billionär können auch Sie zu den Gewinnern zählen und den Celebrity-Lifestyle leben. Reisen Sie um die Welt. Kaufen Sie sich das Auto, auf das Sie schon immer ein Auge geworfen haben. Leben Sie in Ihrem persönlichen Traumhaus. Und genießen Sie alle Vorzüge, die das Leben mit einem unbegrenzten Finanzbudget zu bieten hat. Sie müssen jetzt tätig werden. Werden Sie Teil der Kryptorevolution, investieren Sie in die bekanntesten Währungen der Zukunft und bekommen Sie Ihr Stück vom Kuchen ab. Viele mächtige und berühmte Personen beschäftigen sich bereits mit Bitcoin und verdienen dadurch Millionen. Schließen Sie sich ihnen an? Hier nur ein paar berühmte Namen, die bereits auf diese Weise verdienen. Bill Gates, Elon Musk, John McAfee, Lionel Messi, Mark Cuban, Johnny Depp. Also ich breche das Ganze hier mal ab, da das Video hier wirklich wahnsinnig lange geht. Das dudelt euch jetzt hier zehn Minuten voll mit lauter Müll. Und das Schlimme ist, das sind alles bekannte Menschen, wo man dann denkt, ja klar, wenn die damit so viel Geld verdienen und reich geworden sind, dann kann ich das auch. Wenn ich da bloß ein bisschen was reinstecken muss, dann funktioniert alles von allein. Ich sage es immer wieder, die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt so viele Seiten, die einfach hingerotzt werden mit Videos, wo ihr, hier sieht man es auch mal, hier haben sie einen Balken dran. Das ist, glaube ich, auf Vimeo gehostet, also nicht auf YouTube. Da sind die Kontrollen natürlich noch ein bisschen lascher als eben bei Google. Ja, und alles, was euch hier so erzählt wird, das soll nur dazu dienen, dass ihr hier euer Geld einzahlt. Aber ihr werdet am Ende, naja, euer Geld eingezahlt haben und das war es dann. Damit hat es sich dann auch erledigt. Euer Geld ist weg und ihr habt nichts bekommen. Derjenige, dem ihr das Geld gebt, der kann sich dieses Leben aus dem Video dann leisten. Ihr jedoch nicht. Hier haben wir noch ein Beispiel. Ölprofit ist genauso aufgebaut wie alle anderen Seiten. Man soll seine Daten eintragen und kann sofort loslegen. Einfach nur ekelhaft, was die Betrüger sich hier immer wieder einfallen lassen, um möglichst schnell an euer Geld ranzukommen. Hier noch so ein Beispiel. Auch wieder mit einem schönen Video drauf, ist genau der gleiche Aufbau vom Prinzip. Und auch wieder mit einem schönen Video, auch wenn es jetzt hier nicht auf Deutsch ist. Aber hier, wir schauen auch noch mal kurz rein. Ja, ich denke, wir haben es begriffen. Bitcoin soll die Zukunft sein. Und Bitcoin, ja, Bitcoin kann eine Möglichkeit sein, viel Geld zu verdienen. Das wollen wir alle nicht abstreiten. Aber, naja, die goldene Zeit des Bitcoins, so wie sie früher einmal war, die wird wohl vielleicht so nicht wiederkommen. Vorher sagen können wir es aber alle nicht. Aber eins ist Fakt. Wenn man sich auf solchen Seiten hier anmeldet, wird man von den Bitcoins, in die man angeblich investiert hat, nichts erhalten. Einfach nur Wahnsinn. Und das Schlimme ist, solche einfachen Maschen scheinen immer wieder ganz einfach zu funktionieren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf so eine oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es solche Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie die Opfer. Und das auch zuhauf. Weil daher direkt gerne meine Videos im Chat, in sozialen Medien oder WhatsApp, was ihr da so alles habt. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine kleine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.